Die meisten würden das unterschreiben. Dass du hier bist, nach so langer Zeit, in dieser Wohnung. Ja, wir könnten es uns jetzt einfach machen und sagen, gut, ist so, wir haben es versucht. Wir haben Sit-Ins gemacht. Wir haben Pflastersteine geschmissen. Wir haben Verlage angezündet. Wir haben Texte geschrieben. Wir haben Marx gelesen. Wir haben Politik gemacht. Wir haben Drogen miteinander vermischt. Und manche haben Kinder gekriegt. Alles gleichzeitig. Entschuldigung. Ist das hier 666? Ich suche meine Mutter. Also Rosi. Wir waren uns einig, dass was Neues kommen muss. Und das nicht sein kann. Das, was passiert ist, nur so ein kurzer Sommer der Anarchie war. Und dass das zu Ende ist. Die ganze Scheiß nochmal von vorne. Nur mit demokratischen Gesichtern, mit Joschka im Parlament. Na, da waren wir uns doch einig. 1974. Aber wir waren uns einig, dass was Neues anfangen muss. Und dass wer über Faschismus reden will, über Kapitalismus nicht schweigen kann. Und auch nicht über Wohneigentum. Und mein Sohn zum Beispiel. Der hat eine Wohne gebetet mit seiner Farbe. Haben sich getrennt. Die hatten keine Kraft mehr. Aber er kann sogar eine neue Wohne leisten. Der Wohne, der Wohne, der Wohne, der seine Frau. Die haben sie nie zusammen. Die schlafen die Kraft mehr für. Die fällt nicht mehr. Die gibt es nicht, dass die Staatsministerin der USA heußer ist, als das weltweite Kulteinland wurde. Und die haben keine Idee zu neuen Formen der Vergesellschaft. Und da habe ich gewonnen. Da habe ich zwei Dinge gewusst. Dass jetzt der Moment richtig ist, was Neues anzubauen. Und dass wir das machen müssen. Weil unsere Kinder das gar nicht sehen können. Also, wir brauchen eine Wohnung, Autos. Was soll denn der Scheiß? Spinnst du jetzt total? Komm, gib her. Du hattest doch gesagt, ich sollte welche besorgen. Aber das war vor 35 Jahren. Und da war eine ganze Menge dran falsch. Aber ich habe es gemacht. Und dann bist du nicht aufgetaucht. Ja. Ja, das stimmt. Weil da ein Fehler drin war. Gib das jetzt hier. Komm. Ja. Du bist dein愛. Du bist schön. Du bist so. Ja.